Guck mal, Mama! Heute ist langer Tag, das weißt du? Sehr gut. Freust du dich drauf? Hallo? Freust du dich drauf? Ja! Ich hab Durst. Du hast Durst? Guck mal, hier haben wir noch was. Schneller, schneller! Wir sind die Ersten heute. Meinst du, das schaffen wir noch? Wenn wir mit dem Ferrari fahren. Ja, wenn wir mit dem Ferrari fahren, dann sind wir immer die Ersten, ne? Ich bin satt. Bist du satt? Mhm. Komm, gib her. So kann ich auch noch frühstücken, bitte? Ja, deshalb hab ich extra für dein Frühstück auch. Wenn du magst, kannst du noch 10 Minuten iPad gucken, okay? Okay. So wie Toni jetzt mit seinen Kindern ist, so ist er nie mit seinen Eltern. Also so warm und so liebevoll, so war er noch nie mit seinen Eltern. Was ich gar nicht verstehe, weil Tonis Mama zum Beispiel auch ein sehr herzlicher Mensch ist und Tonis Papa genauso. Aber irgendwie war, ich weiß nicht, ob der Wurm drin war oder irgendwie, der Fußball war vielleicht drin im Endeffekt. Und das stand irgendwie vielleicht zwischen allen. Der Felix hat auch wieder ein ganz anderes Verhältnis zu seinen Eltern. Vielleicht, weil er einfach ein paar Jahre länger zu Hause war. Ich glaube, da fehlt halt irgendwo irgendwann auch so ein Stück Kindheit. Dann einfach von ihm hier denke ich, zu expected. hah! här